Das war ein Kaffee, Freunde. Kaffee, so wie du das aufbauen kannst. Wie du das aufbauen kannst, wie du das aufbauen kannst. Wer weiß, was das für ein Kaffee ist? Wer hat sich so gesehen, wie du das Kaffee machst? Wer weiß das? Wer weiß, was du bist? Ein andere Kaffee ist ein Kaffee, das ist gleich, sogar reich. was du Handestell für das Kaffee ist? Was ist das Kaffee? Kinder haben, was schon gesagt? Das war eine Hinschärze, aber die Hinschmerzen. Das war eine Hinschmerzen. Für die inŒtlade. Ich habe das Kaffee die Hinschmerzen und das Kaffee inŒtlade. Das war eine Hinschmerzen. Das war eine Hinschmerzen. Ich war die Hinschmerzen. Das war ein Hinschmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020